Mmmh. Wie viel kostet die Angel? 20 Euro. Echt? Das ist aber günstig. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Oh. Irgendwann da, ich hab gerne Pizza. Von Selfie. Irgendwie macht hier nichts. Ich dachte die ganze Zeit, dass das Nathan der Weise heißt. Aber was heißt Nathan der Weise? Ich find's mir du weh. Nathan der Weise, ich dreckste. Was, Haraj? Er ist tot. Okay, und weiter? Ja. Liegt da? Rum? Nee, ich mein den Namen. Keine Ahnung, ich kenn den nicht. Woher wissen die dann, dass er tot heißt? Nee, ich meine, er ist tot. Nicht mehr lebend. Gestorben. Kaputt. Achso. Hey, ich muss was messen. Hast du den Ideal für mich? Ja. Dankeschön. Hähääää. Hähäääää. Hähääääääää. Hähäääääääääääaääääääää. New challenge. Write the first letter of your name. Then each letter of your name overlapping it. Do it and show me what your logo for your name is. Ich bin komplett Kernbinder. Ich mach mir so ein paar Notizen, falls ich irgendwelche kreativen neuen Ideen hab. Es ist hier drin. Arschloch stechen. Hey Ziggili, ich bin dein Opa. Kennst du mich? Weißt du, was echt schmackhaft wäre? Dein Arschloch? Wenn es nicht funktioniert, bin ich dumm und wenn es funktioniert, bin ich doof. Das ist quasi wie dick und doof. Nur halt dumm und doof. Und ich bin beides. Was? So, Bruder, ich hab mir jetzt bei mir meine Schuhe... Bei mir meine Schuhe kaputt sind, hab ich mir neue Sohlen gemacht. Fuck that. Fuck yeah. Fuck yeah. P-A-N-I-C-A-T-T-H-E-D-I-S-C. Hab ich endlich ein bisschen mehr Platz am Schreibtisch hier. Das ist viel besser. Kann man sich hier hinsetzen, weiß ich was meinen. Hast du Platz, ey? Ist saustach. Kannst du eigentlich mein Außenzimmer? Ähm, ne? Ich hab mehr Platz. Scheiße, Mann. Die beobachtet mich. Wer? Die Amsel. Wer ist das? Das ist die Amsel. Ach so, der Vogel. Nein! Die Amsel. Das war ein Vogel. Du Narr. Ich bin kein Narr. Ich bin auch kein Narr, weil ich bin Profitektörer. Ach so. Ja, so. So, so. Hm. So, ich fand die Idee, gut die Dateien von der direkt drauf drauf und dann die da zu löschen und uns gucken, ob das funktioniert. Hm. Aber ich meine, das sieht lustig aus irgendwie. Guck mal hier. Die ganzen Roller-Teilen hier. Lol. Ich schmeiß heute eine Party, ist aber okay, oder? Was? Du kannst doch keine Party schmeißen, aber hier ist ein Ball. Den kannst du schmeißen. Besuch mal. Tschö, Mund. Was ist ein TikTok? Na ja. Kann ich auch was sagen? Okay. Folg mir auf Instagram. Ich bin Profi-Handwerker. Echt? Kannst du Sachen reparieren? Ja klar, ich zeig's dir. Du reparierst gar nichts. Das war jetzt 35 Euro. Aber das ist nicht mein Haus. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Spürst du das Chakra? Das Chakra! Spürst du das Chakra? Oh nein! Wo ist meine Chakraflöte hin? Ich habe meine Chakraflöte verlegt. Oh! Weiß ich mich den Weg zur Chakraflöte! Weiß ich mich den Weg! Weiß ich mich den Weg! Ah, fuck! Tschö, Mund. Ich wollte ganz kurz erinnern, dass ich den Flugmus anmachen muss. Das ist wichtig. Tschüss, Lüben. Sonst schützt du natürlich die Flugzeuge ab und willst ja nicht, weißt? Wenn mein Flugzeug runterkommt, auf die draufklasse ist doch nicht so gut. Also mach einen Flugmus an. Wichtig. Schönen guten Tag! Drehst du gerade mit mir oder was? Genau, mit dir. Achso! Schönen guten Tag! Schönen guten Tag! Kennst du die Szene aus dem Vlog noch? Oh. Ich bin Tür angedeckt. Tut mir leid. Ich habe meine Airpods jetzt glaube ich schon für ungefähr zwei Jahre. Und wenn ich das Ding hier reinnehme. Ich habe zum Aufnahme immer das Kabel von meinen Eltern benutzt, weil ich keins hatte. Da lag wirklich ein Kabel bei. Zwei Jahre nicht gesehen. Schönen guten Tag! Wenn deine Mutter tanzt, bekommt das Wort Walzer eine ganz neue Bedeutung. Hä? Wo warst du? Werte frei. Ne, hatten wir nicht. Okay. Schönen guten Tag! Kommt noch da raus. That's what she said. Das tut mir leid. Die Tasse ist schon benutzt. Recycelen. Weißt du was? Ich war mal hin. Warum kommt der Scheiße nicht raus? That's what she said. And he is it. Was ist das jetzt scheiße? 1 Teelöffel. Fuck das ist halt dumm. Ist egal. Kommt doch raus. Kommt doch. Fuck man. Kommt geißte raus. Dann bescheißen. Ist egal. Bisschen Kakaapulver rein. Ich bin einfach fucking Profi-Koch. Umrühren. Und das ist ja schon ziemlich hier nicht folgt. Ah fuck man. Wir brauchen ein bisschen Backpulver. Und zwar 1 Viertel Teelöffel. Passt schon. Das müssen wir natürlich schön umrühren hier. Weißt du was ich mein? Fuck. Moment. Wir haben ein. Und zwei. Und drei. Ein bisschen Nutella da rein. Komm. Ein bisschen Butterzucker draufhauen. Alter. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Warum flüsterst du? Weil du geflüstert hast. Ich hab geflüstert, weil ich cool bin. Okay. 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 Tschüss. Der Kalle kann lesen. Was steht da drauf? Lest mal vor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stimmt. Ich kann mich auch stellen jetzt. Wie du siehst du so aus wie ich? Ich wollte die Frage stellen dumme Hoh und so. Tut mir leid. Aber kam grad so an weißt du. Ich kam auch grad so aber. Ja. Ah ja. Ey wo gehst du hin? Ich wollte nur was fragen. Wo bin ich hier? Kein Sneakbeak jetzt. Können sie sich vorstellen warum ich sie angehalten hab? Wollen sie meinen Führerschein sehen? Sie fahren Fahrrad. Das haben sie gut erkannt. Ist nicht ein richtiger Profi. Ja. Genau. Danke. Das war Ironie. Ja egal. Sie sind gerade durch eine 30er Zone gefahren. Ja. Wissen sie wie schnell sie waren? Da hab ich grad nicht drauf geachtet. Das ist richtig. Sie sind gerade mit 123 kmh durch die 30er Zone gefahren. Ok. Aufm Fahrrad. Ja. Ich darf das. Ist nicht bieg für nächste Woche. Tschö und guten Tag. Ich bin in der Polizei. Was ist hier los? Er ist tot. Und sie sind? Ich bin Agate. Mhm. Da ist die Leiche. Was ist da los? Hab ich ihnen auch grad gesagt. Der ist tot. Ist mir doch egal wie der heißt. Der ist aber tot. Heute trinke ich nix. Wo bin ich hier? Ich hab grad bei Maulon so ein Bild gesehen. Ist natürlich Familie. Ist super. Aber was mir jetzt Frage ist. Wenn man das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Ist das natürlich noch besser. Sieht das dann so aus? Das ist nicht los. Schon gut. Ich hab jetzt ausgefunden wie TikTok funktioniert. Also hier oben. Ist das folgende Ding da. Und hier ist das. For you. Ding da. Ihr müsst einfach auf die Seite gehen. Und jetzt. Bin ich auf der For you Page. Oder nicht? Doch. Schon oder? Flachwitz Challenge. Was ist das Lieblingsgenre von Fröschen? Hip Hop. Ich wurde gestern auf der Autobahn geblitzt. Ich dachte zuerst ich hab ne Idee. Wie nennt man einen alten Schneemann? Pfütze. Ich wollte Spiderman anrufen. Aber ich hatte kein Netz. Schon gut. Kann ich dir helfen irgendwie? Nee danke. Ich guck nur. Hast du das mal Apple TV gesehen? Willst du mal spielen? Komm mal ran. Spiel mal ne Runde. Okay. Es ist super oder? Es ist sau super ja. Ich hab mal ne Frage. Wieso ist hier keiner? Und wie war dein Tag heute so? Flachwitz Challenge. Smart. Warum geht der Sack nicht auf? Weil ein Zuhälter drin liegt. Ich hab eben bei Weight Watchers angerufen. Es hat keiner abgenommen. Treffen sich zwei Magnete. Sagt der eine. Ich weiß doch gar nicht was ich heute Abend anziehen soll. Hm. Nimmt keiner ab. Mein Sack ist gleichzeitig mein Mäppchen. Verdammte Minze. Ich hab nen Ordner. Hab trotzdem irgendwie alles im College Block drin. Verdammte Minze. Schuze retten doch. Verdammte Minze. Meine Sonnenbrille aus Bleistiften hält nicht die Sonne ab. Verdammte Minze. Das dahinten bitte umfahren. Alles klar. Ich hab gesagt umfahren. Ich bin doch gefahren. Ja aber du hast es umgefahren. Du hattest es umfahren. Was laberst du denn? Wie geht eigentlich dein neues Fahrrad? Das geht nicht. Das fährt. Wie fährt es denn? Oh es geht. Scheiße man. Ich hab kein Netz.